Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview hier auf TV Schwerin. Heute geht es um das Projekt Soziale Stadt. An meiner Seite ist Hanne Ludo, vielen bekannt in Schwerin als engagierte Vorkämpferin für dieses Thema hier. Frau Ludo, wir haben uns natürlich aus verschiedenen Gründen mit Ihnen verabredet. Sie sind Stadtteilmanagerin, gleichzeitig vorzunehmen des Vereins Die Platte lebt. Wie sieht es denn aus im Müsseholz und Neuzittendorf? Sie sind ja sozusagen mit anderen auch für beide Stadtteile zuständig. Naja, wenn ich jetzt mal mit dem Slogan unseres Vereins beginnen soll, Die Platte lebt, das ist so. Also wir haben ganz viele Projekte und es ist ganz viel Bewegung drin. Aber das heißt auch, wo viel Bewegung ist, da sind natürlich auch Probleme. Also es ist genug zu tun. Und gerade im Müsseholz haben wir Initiativen von Bürgern, von Vereinen, die glaube ich überdurchschnittlich sind. Da würden sich andere Stadtteile bestimmt freuen, wenn sie sowas hätten. Wie ist das? Viele Menschen engagieren sich. Wir berichten ja auch regelmäßig über Aktionen, die dort stattfinden. Aber viele Menschen engagieren sich. Es gibt aber auch die, die sich gar nicht engagieren und die sich verkriechen. Ja, natürlich. Und die gibt es natürlich gerade auch in der sozialen Stadt. Denn bei uns ist ja der Anteil der Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, die Hartz-IV-Leistungen in Anspruch nehmen müssen, die resigniert haben, die sich zurückgezogen haben. Das ist so. Also nicht alles läuft optimal. Und auch das Miteinander, auch mit den Zugezogenen, mit den Flüchtlingen, mit den Asylbewerbern und den Einheimischen, da gibt es durchaus schon auch Konflikte. Und nicht jeder kommt dann aus eigenem Engagement wieder hoch. Das ist schon mitunter schwierig, die Mobilisierung der Bürger. Wir sprechen jetzt über verschiedene Projekte, liebe Zuschauer. Und vielleicht gibt es da auch Angebote für den einen oder anderen, der sich verkrochen hat, wieder rauszukommen und aktiv zu werden. Wir haben eine Einladung bekommen, auch von der Stadt. Da gibt es eine Veranstaltung am Freitag zum Thema Patchwork Center. Was verbirgt Sie dahinter? Ja, das Patchwork Center ist eine Initiative der Freien Evangelischen Gemeinde. Und da entsteht aus der ehemaligen Post zwischen Kepler Passage und Ärztehaus eine Begegnungsstätte vom Feinsten. Mit einem Café, mit Kulturtreff, aber auch kreative Angebote werden unterbreitet. Und da zum Projekt gehört auch eine Band, die Kepler Open Air Band, die einmal im Monat bisher schon immer auch auf dem Keplerplatz beim Kepler Open Air aufgetreten ist. Das wird ein Treff für Alt und Jung. Die Kindertafel soll dort auch mit einziehen. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen, aber ist auch geplant. Und es ist noch nicht alles fertig, aber der erste Teil, dass man also künftig auch schon das Café nutzen kann. Also ich bin sehr gespannt. Ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr dort. Das wird bestimmt ein gutes Angebot für die Bewohner im Müsseholz. Nach diesem harten, beständigen Winter, der sich ja bis über das Osterfest hingezogen hat, ist ja jetzt wieder Hoffnung. Es ist grün draußen und so weiter. Der Plattenpark ist da auch ein wichtiges Thema, wo sich Menschen dann auch im Freien betätigen können, mithelfen können, wo Jugendliche mit eingebunden sind. Das Projekt existiert nach wie vor und lebt. Da finden Aktionen statt. Ja, natürlich. Gerade in der vergangenen Woche hatten wir einen Hochkampftag. Da haben wir mit 21 Jugendlichen, die beim Internationalen Bund ihr Freiwilliges Soziales Jahr machen, haben wir Platten gestaltet. Wir haben ja elf zusätzliche Platten, die beim Abriss gewonnen wurden, dort aufgestellt. Darüber hat ja Schwerin-TV auch berichtet. Und die werden jetzt gestaltet. Also sechs der Platten sind schon gestaltet, zusammen mit dem Graffiti-Künstler Martin Drews. Und parallel dazu wurden Bäume gepflanzt, zu einem Baumdom. Also die Rubinien dort, die wurden im Kreis gepflanzt und sollen dann mit den Kronen zusammenwachsen. Also dort passiert ganz viel. Und die nächste Aktion, dass also weitere Platten gestaltet werden, wird am 5. Mai sein, am Tag der Städtebauförderung. Da ist sowieso eine Menge los im Plattenpark und im Bildungs- und Bürgerzentrum, das ja an dem Tag auch die Türen weit öffnet. Also ja, jetzt gerade im Frühling jede Menge los. Und da können wir natürlich auch noch viele Helfer gebrauchen. Ich kann mich aber auch als Gärtner betätigen im Plattenpark durchaus. Ihr könnt auch ein kleines Beet anlegen, vielleicht Radieschen züchten oder irgendwas. Ja, wir haben da Hochbeete, so auf der Höhe der Kindertafel. Ja, da kann man sich auch beteiligen. Wir haben ja auch Bürgergärten. Wir haben den Blattgarten in der Ziyulkowski-Straße. Dann gibt es noch den Sonnenuhrgarten hinter der russisch-orthodoxen Kirche. Also das sind ja auch Besonderheiten im Müserholz. Und so bequem hat es manch einer nicht, dass er seinen Garten vor der eigenen Haustür hat. Ja, dann gibt es die Halle am Familienpark. Und da hat sich ein Verein sozusagen niedergelassen, Together. Das ist der Nachfolgeverein von Power4Kids, wenn man so will. Da gab es ja, wie gesagt, mächtig Aufruhr in den letzten Jahren, ja auch nachvollziehbarerweise. Aber trotzdem gibt es natürlich dort einen Verein mit Strukturen, die arbeiten möchten und die gute Arbeit auch geleistet haben und weiterhin natürlich aktiv sein wollen im Stadtteil. Wie sieht es mit diesem Verein aus in der Arbeit? Sie sind ja im Beirat mit aktiv. Ja, also der Verein bereitet gerade einen Tag der offenen Tür auch vor für den 26. Mai, um dort den Bewohnern und auch den Politikern, die seit dieser Geschichte mit Power4Kids, mit dem Missbrauch, einen ziemlichen Bogen um den Verein machen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um ihnen zu zeigen, was aus dieser Halle dort geworden ist. Der Verein ist ja damals komplett umgezogen, hat diese Halle gekauft, die ehemalige Boxhalle, und hat sie mit großem ehrenamtlichen Engagement umgebaut, selbst finanziert, alles in Eigeninitiative. Das dauert dann natürlich länger, als wenn man Fördermittel bekommt oder andere Unterstützung. Und wir haben dort auch schon Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben das interkulturelle Weihnachtsfest im Dezember 2017 schon veranstaltet. Man kann diese Halle mieten. Viele Bewohner fragen ja immer nach, wo sie private Veranstaltungen durchführen können, feiern. Ich weiß das ja auch vom Eiskristall. Und da müssen wir oft absagen. Wir haben das Ganze auch zurückgefahren. Also diese Halle wird sich zu einem interkulturellen Nachbarschaftstreff entwickeln. Das ist das Ziel des Vereins. Und ich denke, das sollte man unterstützen. Ja, nach dem Vorkommnis mit dem Kindesmissbrauch bei Power4Kids wurde ja dieser Beirat ins Leben gerufen. Stellt dieser Beirat auch ein Stück weit natürlich sicher, dass solche Vorkommnisse nicht wieder passieren. Das wird ja auch von der Stadt gefordert. Ja, also der Vorstand des Vereins ist im Gespräch mit der Stadt. Es geht um ein Kinderschutzkonzept, obwohl der Verein in der Satzung auch festgeschrieben hat, dass er keine Kinder- und Jugendarbeit mehr machen wird. Trotzdem wird das gefordert nach dieser Geschichte. Man ist im Gespräch und auf einem guten Weg, denke ich. Gibt es ja von Seiten der Stadtverwaltung eine Zurückhaltung, dass man Angst hat, man ist ja irgendwo gebrannt oder wie auch immer. Und müsste eigentlich ein bisschen aktiver nach vorne. Gesprächsangebote sind ja da. Ja, man ist insgesamt sehr zurückhaltend und hat Sorge, dass man mit dem Verein in Verbindung gebracht wird. Das kann ich teilweise auch verstehen, aber andererseits auch nicht. Keiner wünscht sich, dass er so etwas miterleben und mit begleiten muss, jetzt auch als Verein. Das ist eine wirklich eine schwierige Aufgabe, eine riesengroße Krise, die der Verein hatte. Und wo ich immer gesagt habe, wir dürfen den Verein da jetzt nicht hängen lassen, er muss unterstützt werden. Und natürlich hätte man sich hier und da schon mehr auch Unterstützung gewünscht. Aber ich sage es jetzt mal positiv, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Gut. Es gibt ja auch andere wunderbare Projekte. Biwak war ein großer Unterstützer. Biwak, das heißt Bildung, Integration und Arbeit im Quartier über die letzten Jahre. Was hat Biwak bewirkt? Ja, weil wir über einen Plattenpark gesprochen haben zum Beispiel. Wir hätten den nie so weit entwickeln können bis an die Kantstraße heran, weil unser Verein, die Platte lebt, nur den vorderen Teil von der Stadt gemietet hat. Und der hintere Teil war dann eben Brachland. Und da hat also Biwak wirklich ganz, ganz viel gemacht, hat die Wege erneuert, hat überhaupt erst mal für Ordnung und Sauberkeit dort gesorgt, hat uns geholfen, wo auch immer das nötig war. Und hat jetzt auch diese Platten, die dort ringsherum aufgestellt wurden, dorthin transportiert und aufgebaut. Es gab beim Bauspielplatz, es gab Holzprojekte. Also an verschiedenen Stellen waren Bürger eingesetzt, haben also dort eine Chance bekommen, sich sinnvoll zu betätigen. Also ich finde es schade, wenn das jetzt nachher nicht mehr weitergeführt wird, weil offensichtlich Biwak eine Verlängerung bekommen hat für Schwerding. Ja, Biwak war ja ein Bundesprojekt, muss man sagen. Auch die Mittel dafür wurden durch den Bund bereitgestellt und viele Entscheidungen beim Bund sind ja dann so gar nicht nachvollziehbar. Ja, also genaue Hintergründe kenne ich da auch nicht. Vielleicht gab es auch diesmal mehr Bewerber und dass man gesagt hat, so Schwerin hat schon mal davon profitiert, diesmal nicht, keine Ahnung. Also es lag ganz bestimmt nicht daran, dass hier in Schwerin der Bedarf nicht da ist oder es keine guten Ideen gibt. Also Bilse hat da wirklich großartige Arbeit geleistet und hätte sie auch weitergeleistet. Bauspielplatz ist ein wunderbares Thema. Da sind auch Akteure mit im Einsatz, die es Kinder und Jugendlichen ermöglichen, dort aktiv zu werden, auch sich einfach auszuprobieren. Es gibt auch wiederum letztendlich erfahrene Handwerker, die dort ihr Wissen weitergeben. Was macht man da im Winter? Da hat man weniger zu tun. Jetzt im Sommer geht es richtig los wieder. Naja, aber auch, ja gut, natürlich im Winter weniger, aber es gibt ja auch Häuser, feste Räume. Man kann auch mal was basteln. Man muss nicht immer draußen moddern und Häuser bauen. Also der Bauspielplatz hat sich schon über das ganze Jahr bewährt. Die Öffnungszeiten ändern sich dann immer, aber Langeweile hat dort keiner. Ja, eine wichtige Begegenstätte der Platte lebt, also es war eins, war das Eiskristall oder ist das Eiskristall da? Also zahlreiche Aktivitäten finden da statt. Sie können gleich zu einer Veranstaltung am Wochenende einladen, wenn dort eine ukrainische Musik gespielt wird. Wann ist das genau? Am 28. April, da findet unser Kulturcafé statt, immer einmal im Monat. Das ist immer der letzte Samstag im Monat. Und diesmal haben sich zwei Frauen aus der Ukraine angekündigt, die Bandura spielen, ab 15 Uhr, immer 15 bis 18 Uhr. Und es ist jedes Mal anders. Mal wird getrommelt, mal wird Piano gespielt, mal wird getanzt. Wir sind da immer auch ganz neugierig, wer kommt. Und alle sind aufgefordert, die auch vielleicht ein ausgefallenes Instrument spielen oder ein anderes Talent haben, einfach sich mit einzubringen. Es wird ganz viel improvisiert. Ja, da gibt es aber noch andere Aktionen. Natürlich, es gibt nach wie vor das Weltkampfcafé, es gibt eine Leseecke, es gibt eine Deutschrunde, Puppentheater und Kulturcafé. Also das Eiskristall lebt wirklich. Ja. Aber Sie suchen auch mit dem Eiskristall nach neuen Räumlichkeiten, denn in zwei Jahren soll der Komplex abgerissen werden, weil er schon langfristig auch angekündigt wurde durch die WGS. Naja, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Nun warten wir mal ab. Aber das ist schon so, dass also das Eiskristall irgendwann verschwinden wird. Aber in den nächsten zwei Jahren, denke ich, sind wir noch sicher mit dem Stadtteiltreff. Wenn ich mich darüber informieren will, über was abgeht sozusagen, dann kann ich natürlich ins Internet gehen. Es gibt ja auch den Turmblick, eine Zeitschrift, die Sie quartalsweise herausgeben. Das machen Sie natürlich auch nicht alleine, sondern mit vielen Akteuren aus dem Quartier. Auch das wird... Mit Ehrenamtlichen. Ja, mit Ehrenamtlichen. Genau. Und da kann man sich dann austoben, was das Schreiben anbelangt und so weiter. Oder fotografieren. Wenn man Lust hat und wenn man die deutsche Sprache beherrscht und auch ein Talent zum Fotografieren, Ja, auch da suchen wir immer wieder neue Akteure. Es ist ja eine Zeitung von Bewohnern für Bewohner. Und dadurch können wir auch das vielfältige Leben in den Stadtteilen widerspiegeln. Und ich habe also bis jetzt diese ehrenamtliche Redaktion geleitet. Und alle anderen, die also dort mitmachen, machen das ehrenamtlich. Sie sind ja den Schwerinern bekannt, wir haben es ja gesagt, genau aus dieser sozialen Arbeit heraus. Vorhin war es für mich ein bisschen ein Schock, dass Sie gesagt haben, Sie hören auf und gehen in Vorruhestand als Stadtteilmanagerin. Warum? Sie sind doch gar nicht so alt. Ja. Ich habe Ihnen vorhin als Älter das Du angeboten. Ja, danke für das Kompliment. Ja, mit 63 kann man ja in Vorruhestand gehen. Und meine Kollegin Ingrid Schersensky im Stadtteilbüro Neuzippendorf hatte sich das schon länger überlegt. Ich habe es mir relativ kurzfristig überlegt. Ja, das ist so mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Auf der einen Seite sage ich, eigentlich habe ich auch genug in den 13 Jahren im Stadtteilmanagement bewegt, dass man sagen kann, man kann sich zurückziehen. Auf der anderen Seite gab es aber auch so in den letzten zwei, drei Jahren so ein paar Dinge, wo man sagt, ja, muss man sich das eigentlich antun? Nun, bestimmte Entscheidungen sind dann also nicht so in meinem Sinne gewesen. Und insofern gucke ich jetzt in die Zukunft und sage, ich werde auf jeden Fall mit dem Verein Die Platte lebt weitermachen. Und das ist dann nochmal ein anderes Arbeiten, ehrenamtlich. Und ich habe eigentlich keine Sorgen, dass ich Langeweile haben werde. Was wünschen Sie sich da für die Stadt, wenn Sie auch weitermachen, also von der Stadt, von der Stadtverwaltung, was diese Wahrnehmung dieser Projekte, Zippendorf und Müsseholz zum Beispiel anbelangt? Ja, dass man sie gut im Auge hat und dass man eben auch die Vereine und Initiativen nicht vernachlässigt, die keine starken Sozialverbände hinter sich haben, die keine anerkannten Träger der Jugendhilfe sind. Die bleiben immer so ein bisschen außen vor. Wir haben eine Diskussion angeschoben, auch über Kinderschutzkonzepte, speziell für die Vereine, die eben nicht zu den anerkannten Trägern gehören. Und da muss man also wirklich gucken, wie man da noch besser zusammenarbeiten kann. Wir haben ja ein paar Initiativen ins Leben gerufen, die Drohnen Tisch Soziales zum Beispiel oder die Nachbarschaftskonferenzen in Müsseholz, um hier eine bessere Vernetzung auch hinzukriegen. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten, Fragen auf sie hören. Und ich bin ganz sicher, dass gute Nachfolger gefunden werden für die beiden Stadtteilbüros. Es muss dort weitergehen, das ist keine Frage. Ganz wichtig ist ja, dass Sie uns erhalten bleiben, natürlich auch uns von TV Schwerin als Ansprechpartnerin. Wir wünschen Ihnen auch von dieser Stelle her weiterhin natürlich viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Werden Sie natürlich auch weiterhin begleiten. Wir wollten uns auch noch bedanken für diese Zusammenarbeit und laden natürlich auch Sie, liebe Zuschauer, zu den Veranstaltungen ein, die natürlich durch die Vereine vor Ort organisiert werden. Wie gesagt, informieren können Sie sich unter der eingeblendeten Internetadresse, was die Vereinsarbeit anbelangt. Es gibt einen Tag der offenen Tür im Mai, es gibt Musik, es gibt verschiedenste Veranstaltungen. Wie gesagt, kommen Sie raus, kommen Sie ans Licht. Der Frühling ist da. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Danke schön. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Interview der Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020